ja halli hallo liebe leute heute mal wieder eine folge the hunter call of the wild und zwar die neue map in der taiga in nordost russland also sibirien und ja erstmal die standard mission soll jetzt hier zu diesem gebiet gehen und da soll ich hier dahin einfach nur dahin gehen mal gucken bis weiter geht machen wir das meine wegpunkt habe ich schon gesetzt zum rand des gebietes ok marschieren wir mal los sehr gut gelungen die neue map finde ich knapp 500 meter müssen wir also ein halb kilometer wenn wir mal immer diesen weg lang gehen hier wenn wir zwischendurch was hören oder sehen und irgendwelchen tieren wenn wir die natürlich noch mitnehmen drei gewehre habe ich dabei einmal die 2 43er die 2 70er und die 7 millimeter das dürfte reichen für alles was hier rumläuft das ist das ist das ist das ist Hier in der Gegend scheint es ziemlich ruhig zu sein. Es ist jetzt noch kein Tier gehört, aber da ist schon mal eine Bedürfnisstelle. Mal gucken, was das ist. Sollte ich schon auf dem Weg dann gleich auch alles mitnehmen, warum es nicht doppelt und dreifach ablaufen. Von 19 bis 22.30 Uhr kann man hier das Tier sehen. Ich würde den Weg jetzt mal ein bisschen abkürzen. Oder macht der Weg hier gleich einen Bogen nach rechts? Schauen wir mal. Ah, jetzt. Was ist es? Luchs. Ein Luchs. Da müssen wir ein bisschen schleichen, weil der kann sehr gut hören, auch sehr gut sehen und Regen ist halt ein Räuber. Mal gucken, ob wir den anlocken können. Obwohl hier ist so ziemlich dicht bewachsen. Sollten. Sollten. Oops. Sollten. Jetzt sehen Sie aber ein bisschen. Sollten. 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 Untertitelung. BR 2018 ... 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